Wir sind heute hier, um uns anzuschauen, wie der Zusammenhang zwischen digitalem Zwilling und Operational Intelligence in der Prozessindustrie ausschaut. Welchen Zusammenhang spielt der Mindtwin hier mit XHQ im digitalen Zwilling? Der Mindtwin bietet eine umfassende Integration von der Operational Data und der Engineering Data, von einer gesamten holistischen Asset Management Strategie. Der geht schon von der Engineering, von der Konstruktion, quer durch bis zu den Operations. Und das Beispiel, das wir heute auf der ACIMA haben, der zeigt ein Beispiel mit XHQ für die Process und Operational Daten. Wir haben Comos für die Engineering, wir haben 3D mit NX für die Construction. Walkinside zeigt uns, wie die Asset in der Anlage wirklich aussieht. Und wir haben auch Bentley Asset Performance Management integriert für die Reliability. Zusätzlich können wir Analytik-Applikationen und weitere Siemens-Lösungen mit aufnehmen. Damit hat der Kunde eine umfassende und eine zentrale Stelle, wo er sich um seine Assets kümmern kann und wo er Entscheidungen treffen kann für das Geschäft. Das heißt, zusammengefasst zeigen wir heute eine Lösung, ein Portal, in dem wir existierende, etablierte Lösungen zusammengepackt haben, damit der Kunde eigentlich bessere Entscheidungen treffen kann. Genau. Okay, das ist super, Aiden. Danke. Siemens. Ingenuity for life.